Auch wenn wir in der Kuchen backen, im Kuchen merkst du, das ist ja wirklich nicht so fest. Dinkel oder Maus wäre es. Geschmacklich macht das überhaupt nichts. Geschmacklich nix, wird ein bisschen trocken. Ja. Ich habe da mal Dinkelnudeln gemacht. Spanettig. Die haben es so lange im Wasser drin, dass das mal genäht. Ja, das geht dann so schmierig. Ja, das war ganz lustig.